Ich bin den neuen Honda ZRV in der Advanced Ausstattung gefahren. Auf einem Radstand von 2657 mm thront eine Krosserie von 4568 mm Länge und 1613 mm Höhe. Angetrieben wird der ZRV in erster Linie elektrisch. Die beiden Elektromotoren bieten hierbei eine Leistung von 135 kW, 184 PS, sowie ein Drehmoment von 315 Nm. Ist die Batteriekapazität erschöpft, ist der Beschleunigungsbedarf höher, wechselt der ZRV automatisch und für die Passagiere nahezu unmerklich in den Hybridantrieb. Wobei der 4-Zellinder-Verbrennungspunktur mit 2 Liter Hubraum die dafür benötigte elektrische Energie erzeugt. Bei hohen Autobahngeschwindigkeiten schaltet das E-HEV-System auf den direkten Antrieb des Benziners, der bei hohem Bedarf auch vom Elektromotor unterstützt wird. Damit rangiert der Honda ZRV weniger zum Sportwagen, aber mehr zum sparsamen Routinier, dessen Werksangaben für die Verbrauchswerte zwischen 4,6 und 7,3 Liter auf 100 kmh liegen. Und dies bei einem Leergewicht von 1,700 kg. Der Honda ZRV verfügt über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung bei Honda, umfänglich Honda Sensing genannt. Zu den üblicherweise platzierten Airbags gesellt sich beim ZRV ein Center Airbag, der sich zwischen den Vordersitzen entfaltet. Das Kollisionswarnsystem erkennt nicht nur Fußgänger und bietet einen aktiven Bremseingriff. Nein, es reagiert auch bei langsamer Fahrt als Beschleunigungskontrolle, etwa bei der Pedalverwechslung. Damit sich die Passagiere im Heck ähnlich wohl fühlen, sind in der Advanced-Ausstattung zwölf Premium-Lautsprecher von Bose verteilt. Das macht's gut.